Das Problem ist immer, wenn man keine richtige Möglichkeit hat zu manövrieren und dann sich gegenseitig angreift. So wie es vorhin halt passiert ist. Mit der Magie ist jetzt allerdings nichts besonderes. Davon haben wir glaube ich schon zwei oder so. Mindestens eins. Ui, eine kleine Höhle, ein Unterschlupf. Tatsächlich gibt es auch wieder gleich was da drin. Regen des verbesserten Flammenopfers. Meisterhaft geprägtes Großschwertenplan. Praktisch, praktisch. Verschmierte Zeichnung. Keine Todeswurzel, dreimal unterstrichen. Hier befindet sich eine kleine Zeichnung. Okay. Oh nix. Was meint ihr? Wollen wir lagern oder ziehen wir weiter? Zack, wir lagern jetzt. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ach ne. Wir müssen ja immer das erst abgeben. Und bei ihr geht das nicht. Das geht nur hier. Zack. Das ist wieder so eins dieser Bücher mit dem roten Teil. Wohl haben da freilich eine Adelige sucht nach Artefakten. Eine Macht. Und siehst du. Seht ihr. Genauso wie ich es gesagt habe. Jetzt kann ich wieder von ihr eine Mission annehmen. Gruppe wechselnd wollte ich allerdings auch gleich mal machen. Ich weiß nicht. Ich finde Blackwall praktischer als den Bullen im Kampf jetzt. Zumindest so wie ich ihn geskillt habe. Sarah. Obwohl, ne. Wir nehmen mal... Wir nehmen mal Cassandra mit anstatt Blackwall. Wen noch? Dorian? Nee, Solus mal wieder. So. Ist immer eine ganz lustige Truppe, würde ich sagen. Na? Lässt sie mich nicht reden? Geht doch. Setzt mich ins Heer damit. Das könnte uns helfen. Oh, cool. Nochmal genau das gleiche. Das musste sein. Gibt nichts von einem Speer. Klein und dünn. Warnt den Herold. Sein Leben ist in Gefahr. Wenn er zum Bruch kommt. Unsere Patrouille hat vor drei Tagen... Na, war ausgemacht. Ja, die müssen wir ja so oder so jetzt finden, weil wir die Leute retten müssen. Hört ihr das? Irgendwas plinkt da die ganze Zeit. Zack. Aber ganz viele Untrücke. Ja, ich bin ein bisschen weit weg dafür. Das macht ja nichts. Mehr Vitriol für mich. Ob es wohl auch andersfarbiges Vitriol gibt? Müsste es ja eigentlich. Vielleicht haben wir es auch schon mal gefunden. Ich habe es nur vergessen. Das ist immer absolut möglich. Wenn dann alles kann ich mich auch nicht erinnern. Was ist das? Was ist denn ein Plünder? Ist das eine Leiche? Ja, ne? Krankes Gewebe. Ah, das ist bestimmt gut zum Erforschen. Da vorne ist auch wieder ein Riss. Mal sehen, ob das auch Level 12 Gegner sind. Dann probiere ich es einmal. Töchter des Liedes Wein, Musik, Posi und der Lüsterne. Hemmungslose Genuss, fleischlicher Wonnen. Diese Dinge waren bezeichnend für den hedonistischen Kult, den wir als die Tochter des Liedes kennen. Der Töchter des Liedes. Irgendwann wurde er ausgelöscht. Hier erfahren wir also wieder sehr viel von der Geschichte. Was ganz angenehm ist. Wenn man Zeit hat. Für sowas. Warum sollten wir den öffnen wollen? Von mir aus. Kann es jetzt eh nicht mehr abbrechen. Oh oh. Ich wollte eigentlich vorher mit ihm reden. Vielleicht hilft er uns ja auch. Ich kann die Energie irgendwie nicht schneller jetzt. Flonk kriegen sie alle Schaden. Ich glaube, der hilft uns auf jeden Fall. Der gute alte Himmelsbeobachter. Vielleicht noch Nadum. Okay, es klappt nie, wenn wir gerade gespawnt sind. Das haben sie irgendwie so verhindert. Dass man immer zuerst getroffen wird. Was meint Sarah? Wovon kommt das? Boom. Nein. Geht sterben. So. Jetzt aber. Okay, Sarah. Was heißt eigentlich auf Elfisch oder so Entschuldigung? In eurem Fall. Ara Seranama. Dass euer Name darin vorkommt, ist übrigens Zufall. Die Grundform ist recht verbreitet. Danke. Dann wisst ihr ab jetzt, wenn ich es nicht sage, ist es Absicht. Na, großartig. Und ich wette, sie wird es nie sagen. Statischer Käfig? Warum kommt mir statischer Käfig so vor, als wäre das was Praktisches? Warum können wir mit dem nicht reden? Wird mir extra als Sprechblase angezeigt, aber wir können nicht... Jetzt geht's. Ja, warum greift ihr nicht an? Ich dachte, die Avar wollen mit mir kämpfen. Der Sohn unseres Häuptlings will mit euch kämpfen. Ich werde erst gerufen, wenn die Leichen sich stapeln. Rituale für die Götter, Flickwerk für die Blutenden, ein Dolch für die Sterbenden. Das sind meine Aufgaben. Ich ziehe meine Klinge nicht für die Trophäenjagd eines dummen Jungen. Gut, und sind meine Leute verletzt? Die anderen Avar haben eine Patrouille der Inquisition entführt. Sind die Männer wohl auf? Einige wurden bei dem Scharmützel verletzt, waren aber am Leben, als ich sie zuletzt sah. Jemand hat sie gut ausgebildet. Sie haben mehr von uns getötet, als ich erwartet hatte. Gut, dann danke für die Information. Alles dann, lebt wohl. Hütet euch vor dem Wasser. Ja, da hat er nicht Unrecht. Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Wollen wir mal noch da schnell hingehen? Oh, guckt mal, mehr Gegner. Und tschüss. Lächerlich, der Gegner. So, dann kommen wir hier überhaupt irgendwie hoch. Stört mich dann schon. Dass man immer noch von einer Seite an Sachen rankommen kann. Wenn man es nicht an der Karte erkennen kann, dann ist das doof. Vielleicht kann ich auch Karten einfach nicht gut lesen, aber... Hier ist es, glaube ich, auch ziemlich deutlich, dass man da nicht hochkommt, aber... Äh, zumindest bei... In den Hinterlanden war es so. Finde ich zumindest so, dass es ziemlich schwierig ist, etwas zu finden, von wo man jetzt da rankommt. Habt ihr ja gesehen. Noch mehr blaues Vitriol. Haben wir noch nicht genug. Aha. Von Peter... Äh, von Neagle, Marsch und Peter. Morgen findest, bin ich im Lager, da ist... Und... Wir sind schon wieder aufgestiegen hier. Zumindest. Sarah, ups. Sarah kann hier noch den Punkt verteilen. Solus hat auch einen Punkt. Mehr Eis. Für ihn. Cassandra. Wirbeln, der Ansturm. Zack. Gut, hier ist auch nicht mehr zu finden. Jetzt springe ich einfach hier rüber. Das ist anscheinend irgendwo hier in der Nähe. Ach, schon wieder welche von denen. Ups. So. Wir haben sehr viel Help. Ich bekomme nur mir das so vor. Trotzdem ist er gleich tot. Tadah. Okay, überall sind Gegner an mich herum. Komm her. Ach, falschen getroffen. Hey Mann, hör auf, durch die Gegend zu rennen, wie ein Verrückter. Hilf mir! Wie soll ich dich denn so treffen? Auf nimmer Wiedersehen. Und viel zu plündern gibt's auch noch. Brontoleder. Ach, das sind Brontos. Sie sahen damals aber eigentlich um einiges größer aus, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? So, du kommst jetzt aber her. Ich kann einfach nicht treffen. Oh, da ist jemand direkt neben mir. Obwohl ich... Jetzt ist der auch noch eingefroren, deswegen kann ich ihn nicht treffen. Kommt schon. Das nervt. So. Jetzt gehen wir da aber mal ins Häuslein. Hier waren wir doch noch nicht, oder? Nein. Denn in der Kiste ist nichts Besonderes. Das ist mal wieder nur Mist. Oh, wow. Ich bin echt weit abgekommen vom Weg. Das lag an dieser dämlichen Wand hier. Kommt denn sowas einfach so in den Sumpf rein? Normalerweise ist ein Sumpf doch sehr, sehr flach. Nein, Leute. Nicht angreifen. Einfach weiterlaufen. Man, haben sich die Reischen verbrannt. Hat allerdings nicht viel gebracht, hä? Ups. Ein bisschen weit weg geflogen ist der Typ. Sind immer zu weit weg für meine Fähigkeiten irgendwie. Demanotus Nummer 2. Ach, noch mehr von den Viechern. Die sind anstrengende Gegner. Komm her. Ich komm zuerst. Alles explodiert. Bamm. Ich hab verfehlt. Zack. Jetzt ist der noch dran. Erstmal die ganzen kleinen, nervigen Gegner dürfen. Wie wir es ja auch eigentlich in Dragon Age Origins immer gemacht haben. Obwohl wir da die Großen wenigstens einsperren konnten, sodass sie gar nichts machen konnten. Dann greift lieber mich an. Zack. Der ist auch schon tot. Und ich wurde vergiftet. Super. Alles voller Leichen. Also sammeln die einfach weiter. Anstrengend. Nicht immer wegfliegen. So. Ich will doch nur hier drüben nachgucken, was hier los ist. So. Naja, wahrscheinlich hätte ich einfach nur in die andere Richtung gehen sollen. Dann wäre es leichter gewesen. Egal. Unbearbeitete Haut. Was ist hier drin? Fennec. Fennec-Fell ist auch ziemlich nutzlos, würde ich sagen. Tagebuch des Abtrünningen Vitres. Hm. Das könnte der Typ sein, der hier all diese Sachen gemacht hat. Vielleicht, wenn ich es mal versuche. Jo. Absolut richtig. Machen wir gleich. Erstmal weiterplündern. Drachendorn. Das klingt eigentlich schon besser. Oh oh. ables 치약. Übrigens sind das Banshee-Sounds. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Dieses Hüüüüüüüüü. Eins zu eins der Banshee. So. Ist mal hübsch eingefroren. Wow. Okay, das war vielleicht nicht so schlau. Vor allem, weil die so immun sind. Also gegen den Frostscharn an sich sind sie nicht immun, aber... Aua. Okay, Soundeffekte sind auch kaputt. Habe ich auch gehört, dass das manchmal passiert. So. Mehr Eis. So, das war Leuchtfeuer Nummer 2.